Weingut 1. Da gibt es halt sogar afrikanischen Wein aus dem schneebedeckten afrikanischen Gebirge. Wer kennt es nicht? Ja, und zurück zu meinem Europa-Let's-Play. Ja, und wie letztes Mal gesagt, werde ich diesmal hier anfangen, dieses Weingut noch dahin zu beliefern, damit die hier schneller produziert, weil, ja, es ist doch dürftig, was das hier produziert. Und von daher gesehen, nach Bordeaux wollen sie zum Beispiel dann auch noch, Paris auch noch, also Berlin auch noch, also der beliefert dann den Weingut doch hier ganz schön. Von daher gesehen, ähm, ist das, denke ich mal, ganz vernünftig. So, das heißt, dann machen wir einfach einen Zug hier nach hier unten, das ist natürlich jetzt gerade hier sehr hüglich. Ich glaube, da ist es hier drüben besser, im Prinzip muss ich da bloß reinfahren. Ja. So. Hier natürlich jetzt wieder Terraforming. Ist ja klar, ne? Und nebenbei bemerkt, wir hoffen ja, ihr habt schon in unseren Europa-Let's-Play-Together reingeschaut und auch da Spaß gehabt. Denn ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Und, ja, wenn er meint, ja, oder wenn er meint, nein, hier und da könnte man auch das machen, oder ja, macht so weiter, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder mit einem Daumen hoch uns zeigen. Und jetzt baue ich hier einfach mal den Hafen, na klar, da sind natürlich wieder die Berge im Weg. Das ist wieder mal schön, aber macht nichts, ne? Dafür gibt es ja das schöne Terraforming-Tool. So, hier noch eine geschwindene Pucke hin. Und hier haben wir den Güter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Da können wir auch hier den einen noch abreißen. So. Das ist schon mal alles weg hier. Dann wäre das hier, bam, 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 das Weingut. Oran Weingut 1. Da gibt es halt sogar afrikanischen Weinen aus dem schneebedeckten afrikanischen Gebirge. Wer kennt es nicht? Güterhafen. So. Hier brauche ich, glaube ich, erst mal bloß einen Zug fahren lassen. Deswegen schätze ich mal, reicht das hier, wenn ich hier kein Signal setze. Ne, das war ein Schiff. Brauche ich aber dann auch. Das ist von daher gesehen nicht verkehrt. Aber hier einmal und da einmal und hier 100%. Und dann wäre das G5. Oran Weingut 1 nach Oran Güterhafen. So. Nehmen wir hier mal die Block. Und hier waren es Weintrauben. Da brauche ich einfach nur geschwind drunter scrollen. Das passt dann. So. Findet, oh, findet keinen Weg. Warum das denn nicht? Hab ich denn wieder ein Stück gleich vergessen? Hier oder was? Und da? Kann das sein? Stopp. Ja, scheinbar. So. Haben wir das geklärt. Jetzt kommt hier natürlich noch der Hafen. So. Wie gesagt, nehme ich hier mal den mittleren. Da brauche ich ja zum Glück nur einmal. Und wir hatten ja hier schon die eine... Schiffslinie gemacht. Und haben jetzt noch eine neue gemacht. Jawoll. Linie ändern. So. Das wäre einmal Oran Güterbahnhof. Güterhafen, so rum. Und einmal hier. Wobei hier gewartet werden soll. Und das heißt jetzt hier... Und das war ein Weintraubensung. Dann ab zum Schiffsdepot. Das hat man ja hier drüben irgendwo angesiedelt, glaube ich. Und hier haben wir noch die benötigten, nämlich für Weintrauben. Okay. Dann setzen wir da... Wahrscheinlich gleich mal 5. Ja, sagen wir gleich mal 10. Was kostet die Welt? So. Und... Ich bräuchte jetzt hier nur noch... Sind die immer noch auf dem Weg? Ja, tazale. Hier muss ich natürlich jetzt das zweigleisig machen. Sonst funktioniert das hier nicht. Genau. Und... Da ich nicht davon ausgehe, dass hier jetzt gleich so viel Betrieb drauf sein wird, und mache ich jetzt hier auch noch nicht wirklich ein Ausweichgleis. Oh, er fährt. Oh, oh. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Die Sache lassen wir uns nicht entgehen. Auf keinen Fall. Und... Aber vorher setze ich hier noch eine Linie, nämlich hier einmal und sage, hier war das so schön auf 100. Und hier fährst du hin. So. Das Ganze, G5. Valencia... Was? Valencia... Was ist denn heute los hier? Valencia-Güterhafen nach Madrid. Kälterei 1. So. Da müssen wir natürlich jetzt auch gleich noch einen Zug draufknallen. Und dann läuft das Ganze. So. Nehme ich die Lok und... Hier müssen es natürlich jetzt wieder die Weintrauben sein. Na. So. Und jetzt kann ich mich auch nicht mehr verklickern. Das ist auch nochmal schön. So. Und spätestens jetzt sollte es eigentlich so sein, dass dir aus Afrika die Beintrauben auch hier rüberkommen. Aber vorher gucke ich erst mal, was hier so noch passiert. Wie viel Geld der gute lange Zug mir hier einbringt. Weil verfahren hat er ja knapp 4.000. Ich hoffe ja, das lohnt sich. Nachdem hier noch... Haufenweise bebrummt jetzt schon seit paar Folgen in die Wirtschaft, oder? Das ist doch enorm. Und so schnell, so viel Geld haben wir gar nicht, um das anzuschließen. So, schauen wir doch mal an, wie viel er hier einbringt. Etwas über 4.000 hat er gekostet. Einbringen bringt er 12.000. Das lohnt sich doch mal enorm. Fährt er jetzt nicht... Ach ja. Weil die Strecke durch den belegt ist. Ja, okay. Wir müssen also erst mal kurz warten, aber das macht ja jetzt nicht so das Problem. Da können wir hier rüber schauen. Der fährt auch schon. Sehr schön. Gut. Das läuft. Die Schiffe kommen dann auch an. Ganz praktisch. Also es ist alles bereit. Dass dann hier richtig Gewinn gezogen werden kann. Jetzt hat er wohl verstanden, dass er doch fahren kann. Okay. Also im Prinzip sollte das so ganz gut funktionieren. Gucken wir nochmal ganz geschwind hierzu. Da steht es doch wieder. Warum steht es hier schon wieder? Versteht das mal einer? Das ist doch zum Kotzen. Fahrplan. Ähm. Fahrplan. Der will nach Moskau. Fahrplan. Jetzt habe ich hier halt Paris. So. Genauso wie hier. Fahrplan. Paris. Bumm. So. Bitteschön. Hm. Das ist wirklich hier ein Problem. Das muss ich hier echt noch anders lösen. Das gefällt mir überhaupt nicht so. Absolut nicht. Wahrscheinlich in der Mitte ein Durchfahr, zwei Durchfahrgleise und das Ganze noch ein bisschen verbreitern oder unterirdisch. Bloß für unterirdisch habe ich momentan nicht die Kohle dafür. Der fährt einfach durch. Wie ist heute doch. Das passt. Gut. So hatte der hier hier nicht Laden drin. Fahrplan. Ich habe das vielleicht gebacken, wenn ich den zurück nach Moskau schicke. Das müsste ich dann aber in der nächsten Folge machen. Es ist jetzt schon wieder zu viel Zeit in der Folge rum. Dass ich das noch lösen könnte hier. Da haben die Blocksignale doch nicht ganz so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Das ist natürlich auch irgendwo blöde. Naja. Nichtsdestotrotz. Was ist denn hier mit Luxemburg los, ey? Hamburg, Berlin. Meine Fassadee. Die machen sich aber breit. So. Gut. Hier schon Schiffe angekommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ladung 48. Fertig. Hatte schon was. Jedenfalls ist hier alles leer. Reicht der eine Zug mit 3? Warte mal. Die Schiffe nehmen wie viel auf? 300 Paletten. Der eine Zug rupft 144 Paletten. Okay. Dann ist das natürlich hier überdimensioniert. So viel brauche ich da gar nicht. Dann kann ich hier Detail entfernen machen. Detail ausmustern. Und Detail ausmustern, dass ich hier an Geld komme. So. Hier sind jetzt die Schiffe hier. Das sind immer noch unterwegs. Okay. Die brauchen dann natürlich noch einen Moment. Das sind nicht ganz so die schnellsten. Und wir haben im Gesamtvermögen auch nicht mehr ganz so viel, weil wir jetzt über 2 Millionen im wahrgeldtechnischen Minus sind. Aber normalerweise müsste das hier eigentlich auch gut gewinnbringend sein. Man hat ja gesehen, der eine Zug, der bringt da 12.000 auf der Strecke ein. Der muss halt nur öfters fahren. Das ist alles. Und das versuchen wir ja dadurch hinzukriegen, dass hier von hier noch Wein rüberkommt nach Spanien. Der fährt auch gut im Plus. Das macht Spaß. So. Was macht der hier? Fährt auch gut im Plus. Also mit dem Güterverkehr sollte man es eigentlich dann ruppen. Wir haben auch die beiden angeschlossen, die hier funktionieren. Und wie viel hat der Zug schon wieder? 66. Das läuft, würde ich sagen. Und von daher gesehen, ja, müssen wir jetzt einfach mal ein Stück weit hier abwarten. Viel können wir jetzt eh momentan nicht machen, weil wir hier doch ganz schön gebaut haben. Deswegen hoffe ich, hier kommen noch ein paar Züge an und so weiter. Denn eigentlich ist das hier... Okay, das ist das Möbelhaus von Dresden. Sehr schön. Das ist auch eins. Hier ist natürlich jetzt ständige Überfüllung. Wie fahren die denn hier im Minus eigentlich nicht viel? So, wenn der hier auch mal fahren würde, wäre ja nicht schlecht. Also es hängt ein bisschen daran jetzt, dass das hier nicht schnell genug läuft. Okay. Da hoch zu der Kälterei. Und dann zu dem Gastos. Okay. 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 Ich beobachte jetzt gerade so ein bisschen die Marge, weil wenn die nach unten geht, so wie jetzt, dann ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Weil ich möchte ja nicht pleite gehen, das ist ja so mein Ziel mit, deswegen ärgert mich das, dass das hier umso immer blockiert, weil das kostet Geld, so eine Blockade. Also wir scheinen wieder ganz gut Gewinn zu machen, langsam, weil mir nicht die Marge geht gen plus. Ja und es brummt und es brummt, mein Gott, man kommt hier doch wirklich kaum noch nach hier. Das wird jedenfalls ein schön verzweigtes Industrienetz, wenn ich das hier schon wieder sehe. Oha, oha. Noch mal wieder Irland Besuch abstatten. England Zentral, meine Güte. Ja. Das wird interessant. So jetzt kommt gleich der Zug an, dann will ich mal kurz gucken, wie die Prozente da hochgehen wenn man ein so ein Zug ankommt. Ja, dann würde ich nämlich mal sagen, haben wir jetzt die kleine Industriekette bis Palma auch soweit angeschlossen. Was haben wir hier denn noch eigentlich? Markt. Oh, auch zum Markt. Okay, Lieferantenweingut. Ah, von dort unten, okay. Das wäre dann auch noch interessant hier, relativ einfach das zu verbinden noch. Und hier haben wir einen Stau. Mist. Mist. Okay. Darum kümmere ich mich wohl später. Oh man ey. Ja, gut. Was soll ich sagen? In diesem Sinne, bis denn dann, euer Aprisos. Bis zur nächsten Folge. Tschaukowski.